Schönen guten Abend zu Rock und Pop in der Teleillustrierten. Stammhörer und Seher der Teleillustrierten wissen, letztes Mal hatten wir Weiß, Blau und Pop aus Bayern. Diesmal gehen wir nun richtig ins Ausland. Italien ist angesagt. Das, was wir gerade gesehen haben, das war 1983 im Mai. Ein riesiges Festival nur von italienischer Musik in Dortmund. Heute ist das nun nicht mehr ganz so, es hat sich einiges geändert. Früher war es so, da gab es italienische Künstler, die in italienisch sangen, in Italien produziert wurden. Heute ist es ein bisschen anders. Wir werden jetzt einen Top-Hit aus Italien hören, allerdings gesungen von einem Iren. Hier sind Baltimorer und Tarzan Boy. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020